tschüss vorurteile hallo kontaktlinsen unter diesem motto werden wir in den nächsten wochen mit kontaktlinsen vorurteilen hallo hast du auch schon mal gehört dass man während corona keine kontaktlinsen tragen soll viren werden durch wasserstoffperoxid abgetötet in unseren pflegemitteln haben wir sechsmal mehr wasserstoffperoxid als zum beispiel in desinfektionsmittel für hände oder flächen somit ist kontaktlinsen tragen auch während der corona zeit sehr sicher das beste was du natürlich machen kannst wäre ein tageslinsen nutzen wie zum beispiel die dailies total one von alkohol hier hast du jeden tag eine frische neue kontaktlinse auf dem auge und somit haben viren keine chance wenn du ein richtig schönes vorurteil über kontaktlinsen hast dann poste es bitte unter dieses video alle kommentare nehmen teil denn wir verlosen bis 19 dezember einen kompletten jahresbedarf an dailies total one ein tages kontaktlinsen im wert von mindestens 500 euro